Der nicht Hallo, das ist Christine und das ist Frank. Gemeinsam leiten wir das Theater-Spezialprojekt. Habt ihr Lust auf die ganz große Bühne, den Friedrichstadtpalast? Dann kommt zu uns. An sechs Tagen sind wir mit euch gemeinsam auf der Bühne. Ganz genau, aber nicht alleine. Dazu gibt es noch eine ganz, ganz tolle Band. Es gibt Tänzer. Und auch noch ganz tolle Sänger. Fieber! Ja, an zehn Tagen müssen wir natürlich gemeinsam proben. Genau, und dafür treffen wir uns jeden Montag ab Januar im nächsten Jahr. Wir zählen auf euch. Ihr müsst unbedingt dabei sein. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020